Also müssen erstmal neun Mönche für Drill und für die Ballistik her. Die Ballistik her. Gehen wir auch gleich mal zum Gegenteil. Gehen wir auch gleich mal. 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 Wobei wir dann auch auf Truppen umsteigen müssen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Hä? Was zur Hölle? Das muss ich mich auch hier absichern. Äh. So, den Drill. Ja, das da können wir auch gut brauchen, um unsere Wirtschaft besser anzupuggeln. Also gleich nochmal drei. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ehrlich, das tickt weiter, obwohl wir ihn... Äh, äh... Jetzt hört's auf zu ticken, Gott sei Dank. Sonst hätten wir hier alles verloren. Oh, come on. Oh, come on. Oh, eine Quest-Belohnung. Dank euch hat das Reich der Tod einen deutlich Zuwachs erhalten. Dieses Mal haben die verlorenen Sehner ein Geschenk zurückgelassen. Wir haben auf dem Schlachtwetter einige Wachen gefunden, die euch von Nutzen sein könnten. Ja. Prestige-Belohnung. Schau. Oh, gut. Die Befestigungen werden ausgebaut. Die Befestigungen ziehe ich auch mal nach vorne, denn die haben Vorrang. So, jetzt haben wir hier wenigstens ein paar Befestigungen. Was kostet die Ausbesserung? Ein Stein wenigstens. Nicht so viel. Und ja, ich werde die Kasse alle wirklich hier platzieren. Ja, jetzt kommt wieder Wolle und alles rein. Dann die Forschung hätte ich gerne. Und auch die Weizenforschung am besten gleich. Wie war jetzt die Bergwerk- und die Schweideforschung auch noch? So. Wir brauchen dringend Steine. Also schicke ich mal die Händler raus, damit sie Stein kaufen. Verkaufe auch gleich mal wieder Klamotten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, dank den Berghütten kriegen wir jetzt auch endlich wieder Gold rein. Jetzt müssen wir versuchen, um die Nahrungsproduktion zu kümmern. Äh, das da, das da. Und da fängt er wieder mit der Forschung an. Und da fängt er wieder mit der Forschung an. Oh, und wir haben ein anderes Punkt, den werke ich gerade. Nämlich, dass uns der Vorplatz ausgeht. Die Geister werden den Kampf nicht aufgeben. Und es scheint, dass wir sie mit jedem Eingriff etwas stärker werden. Macht euch bereit. Ihr werdet von feindlichen Truppen angelegt. Befestigung ausgebaut. Ein Gegner hat euch bei der Erforschung einer Technologie überboden. Gut, das soll er tiefer halten. Und wir gehen zu anderen Sachen über. Wow, diesmal sind das aber arg, Fikadodo. Das Ding ist noch nicht ausgebessert. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ach, sehr gut. 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 Eure Geistlichen haben eine Technologie überboden. Gut. Und, gut. gebessert sehr gut. Ja, erstmal hätte ich gerne den Buchdruck, also muss ich die Forschung machen. Für die muss die Kirche ausgebaut werden. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Also erstmal Akkordarbeit und dann den Buchdruck. Gebäudeausbau fertig. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Also ja, vier von den normalen Bäustig. Herr Königreich wird angegriffen. Also ja, sie greifen immer da an, wo ich keine Verteidigung dann habe. So viel von euch baue ich auf jeden Fall noch. auf jeden Fall noch ein. Ja, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Dann schaue ich mir mal. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ja, die Mission wird langsam wieder interessant.